Ein Proktologe oder eine Proktologin ist eine Ärztin oder ein Arzt, die sich um Erkrankungen des Enddarms kümmern. Es ist in Deutschland ein zusätzlicher Facharzt. Dieser Facharzt kann erworben werden, entweder von Chirurgen oder Internisten oder allgemeinen Medizinern oder Dermatologen. Man muss eine bestimmte Zeit an einer Weiterbildungsstätte sein, muss eine bestimmte Anzahl von Behandlungen der verschiedenen Erkrankungen vorweisen und dann kann man sich zur Prüfung des Proktologen anmelden und ist dann letztendlich ein spezialisierter Facharzt, der sich speziell um die Erkrankungen des Enddarms kümmert.